Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, Gefängnisse und Festungen. Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit klein kriegen? Ehe Sie verschwinden und das wird bald sein, werden Sie gemerkt haben, dass Ihnen das alles nichts verlöst. Dass Ihnen das alles nichts verlöst. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen wir nicht. Sie haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Ehe Sie verschwinden und das wird bald sein, werden Sie gemerkt haben, Sie haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten. Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der Sie die Stürzenden stützt. Eines Tages und das wird bald sein, werden Sie sehen, dass Ihnen alles nichts nützt. Und dann können Sie doch so laut Halt schreien, weil sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Und da können Sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Tank noch Kanone mehr schützt.